So, halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Fußball-Talk hier auf KTLB. Luft holen. Mensch, ist das eng. Wobei, es ist gar nicht mehr so eng. Aber da gehen wir gleich, klingt auch schon wieder, natürlich in der Tabelle. Ja. Eng ist doch gut, oder? Ja, ja, im Prinzip, in allen Lebenslangen. Ja. Aber es splittet sich ja dann doch jetzt schon so ein bisschen. Also so acht, neun, bis dann auch zehn, sind dann doch schon jetzt ein bisschen weg. So, also der Tonno ist da, der ist aber gerade noch was zu trinken holen. Der Fabi ist da, der Fabi ist da, der Jeb ist da, der Puffy ist da. Neun, neun. So sieht es aus. Und der Jeb haut noch richtig in die Tasten, weil er natürlich jetzt die letzten Zahlen und Werte recherchiert und analysiert, damit er gleich eine absolute Expertenmeine rauskommen kann. Sicher nicht. Sicher, sicherlich, meinte er. Ja. Denn es geht auch direkt los mit dem Freitagsspiel. Frankfurt gegen Berlin. Jeb. Ja. Gattest du noch so tippen mit, wird nicht besser? Das ist richtig. Ne, war kein schönes Spiel und am Ende, ja, 2-2. Berlin macht aus zwei Chancen zwei Tore. Videoschiedsrichter ist Videoschiedsrichter und ja. Im Prinzip hätte dieser Eintracht das Spiel gewinnen müssen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Oh, mehr will er dazu nicht sagen. Tonno, willst du noch was dazu sagen? Es waren aus drei Chancen zwei Tore. Ja, erste Halbzeit Frankfurt. Ist die FM-Quote übrigens. Ja, ja. Für die KI. Ja, klar. Ja, ja. Ich war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut im Spiel. Wieder sehr zurückhaltend gespielt. Zweite Hälfte war besser, war aber immer noch kein gutes Spiel. Lag aber auch daran, dass Berlin auch nicht wirklich gut gespielt hat. Sehr kreativ los. Es wurden stellenweise einfach nur noch die Flanken irgendwie reingebracht. Und in der Mitte wurde es nicht richtig abgenommen. Hat es aber auch Hütter auch angeprangert. Da musste ein bisschen mehr Kreativität rein. Vor allem die Stürmer haben irgendwie alle jedes Mal auf der gleichen Position gestanden, anstatt sich aufzuteilen. Ähm, am Ende, das Unentschieden ist auf jeden Fall verdient. Also für Berlin eventuell ein bisschen glücklich. Welche Stürmer haben denn gespielt bei der Eintracht? Ähm, Gonzo hat gespielt, also Pacienza. Ja. Und, äh, Silber, meine ich, mich erinnert zu haben, ja? Ja, Silber. Ja. Und, äh, ja, äh, es wurden zwei Tore aberkannt. Jeweils die beiden Tore, die dann zum vermeintlichen Ausgleich geführt hatten. Zum 1-1 dann und zum 2-2. Äh, beim 1-1, finde ich, ist dann irgendwie Ansichtssache. Irgendwie stoßen beide Spiele gegeneinander. Aber andererseits ist dann auch wieder kostisch das Problem, dass er sich jedes Mal, jede Situation irgendwie im Trikot festhalten muss. weiß ich, was Schwächeanfall ist oder Sonstiges. Ähm, wird das erste Tor abgekannt, weil halt Kostic am Mittelfeld den Rempler und das Trikot ziehen hat. Ähm, das 2-2 wird dann noch abgekannt von Silber. Äh, durch Schubsen des Torbehütters. Äh, viele würden sagen, ähm, das war vielleicht nur ein leichtes Handauflegen. Und der Torwart hat ein bisschen... Ja, warte mal kurz, warte mal kurz. Jeb, könnten wir es irgendwie hinbekommen, dass diese Nebengeräusche so 99% weniger werden. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Wir hören ganz komische Sachen. Wir möchten auch gar nicht wissen, was du machst. Ja, der Talk war schon immer erregend für dich. Absolut. Leb es auf. Tönnchen. Ähm, also das zweite, aberkannte Tor bin ich jetzt nicht ganz auf der Seite des Chiris. Ähm, sicherlich, äh, Silber berührt mit der Hand im Torwart, aber es ist wie, als wenn ich, äh, dem Gotti sanft in der Nacht über die Wange streicheln würde. So wie gestern Abend. Ja. Ja. Und, äh, der Torwart macht da auch viel mehr draus, als er geschubst worden ist oder haut sich das Ding selber rein. Ähm, da kann man meiner Meinung nach drüber streiten. Für mich war das ein reguläres Tor. Äh, Fußball ist ja immer noch ein Kontaktsport. Auch wenn der Torhüter im Wetterraum geschützt werden sollte, da war für meine Meinung nach nichts dergleichen vorgefallen. Ähm, und wie gesagt, am Ende war es dann, äh, wie man immer so schön sagt, äh, sie haben sich halt kämpferisch und bemüht alles nach vorne geworfen und sich am Ende dann auch mit dem Unentschieden belohnt. Aber man muss, äh, besser und vor allen Dingen auch ein bisschen kreativer in der Offensivabteilung spielen. Ja. Also ihr merkt schon, es wird heute hoch erotisch, ja. Auch jemand, der, äh, durchaus, äh, große Fähigkeiten hat, äh, anderen Leuten mit der Hand über die Wange zu streichen, ist der Puffy. Und der hat bestimmt auch noch irgendwas dazu zu sagen. Natürlich, wenn man die Spieltagstatistiken sieht, muss man sagen, äh, war Frankfurt die bessere von zwei nicht guten Mannschaften. Natürlich ist es auch glücklich, wenn man 2-0 zurückliegt, zu Hause und dann, ähm, noch ein 2-2 am Ende rausholt, muss man auch sagen. Schiedsrichter-zu-Schiedsrichter-Entscheidung und Videoschiedsrichter möchte ich nichts mehr sagen. Da habe ich mich genug ausgelassen. Thema ist unsäglich. Ähm, am Ende, äh, glaube ich, ähm, für keine von beiden Mannschaften irgendwie bringt es sie weiter. Also, Klinsmann versucht zwar, es als positiv zu verkaufen, aber ich sehe halt keine große Verbesserung bei der Hertha. Und bei Frankfurt, ähm, ja, punktetechnisch sind sie halt, glaube ich, jetzt den Ansprüchen ein wenig hinterher. Fabian. Typisches Mittelfeldspiel, da wo beide Vereine auch hingehören und in den letzten Jahren wahrscheinlich auch landen werden. Ich denke, dass Frankfurt, wenn sie so weiterspielen, nichts mit Europa zu tun haben werden, was mich erfreut. Ähm, und von daher gerecht. Klar, Hertha war, wenn man ein Team sagen muss, was noch schlechter war, eher die Hertha, aber, wenn du ein gerechtes 2-2. Und ja, das Schubsen war ein Schubsen und es war ein Foul. Ja. Der Schubs-Heilige, der Torwart hat gesprochen. Der Schubs-Heilige? Oder der Schubs-Heilige. Oh, das ist doch bis dann, ja. So, also, das war das Freitagsspiel. Ähm, der Start. Wie bitte? Du hast doch nichts dazu zu sagen. Ich hab da gar nichts von gesehen. Vorne Freitagsspiele hab ich echt nichts gesehen. Alles andere, ähm, Dortmund war ich live vor Ort. Ähm, den Rest hab ich, äh, bis auf Leverkusen-Gerlenkirchen. Die anderen Samstagsspiele hab ich die Zusammenfassung gesehen. Ähm, Union gegen Köln hab ich nichts gesehen. Aber Bremen gegen Paderborn hab ich laufen gehabt. Zumindest die zweite Halbzeit. Das heißt, ich kann zu Frankfurt, äh, gegen Berlin nichts sagen, äh, weil ich dazu nichts sagen kann. Nichts gesehen. Ich kann ja sagen, der Schubser war einer, aber hab's nicht gesehen. Ähm, was wollten wir denn jetzt? Wir wollten mit Samstag weitermachen, genau. Ja. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich hab was vergessen. Tippspiel komm ich noch. Ja, die Würdigung des Tippspiel-Tagessiegers, die kühlt noch. Ach so, ja. Dann machen wir den Samstag, ähm, der, ähm, Samstag voller Heimsiege. Ähm, Dortmund gegen Düsseldorf war Heimsieg Nummer eins. Auch da, äh, ging es hocherotisch, äh, zur Gange. Denn ich war, wie gesagt, anwesend. Mit meinem damals besten Freund, der mal wieder, äh, hier in der, in der Gegend war. Und dann irgendwann mal fragte, hast du Bock? Ich hab Karten. Da hab ich gesagt, yo. Und dann sind wir da hingegangen und, äh, war kalt. Äh. Aber der wurde warm. Aber der wurde in der Tat warm, ja. Ähm, ja. Ich, 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 muss das ja natürlich mal wieder sagen. Wir beplaudern natürlich viel und, und, und vieles ist natürlich auch Unsinn. Äh, aber ich, ich kann mich genau daran erinnern, dass sehr viele hier in diesem Talk auch immer gesagt haben, außer die Frankfurter Fraktion, die haben ja eh keine Ahnung. Aber, ähm, Borussia Dortmund bezogen, dass ein Kollege Brandt auf die Acht gehört. Und seitdem er auf die Acht spielt, läuft es beim Jule. Für mich der Spieler des Spiels. Ähm, witzig war, dass vor dem Spiel, ähm, natürlich mein Freund und ich, äh, ein bisschen noch geplaudert haben über Dortmund auf der, auf der Fahrt zum Stadion. Und dann meinte er so, ja, der Brandt, den kann ich ja gar nicht ab. Und, ne, der ist überbewertet. Und, 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 so in diese Richtung, irgendwie, ne. Und ich meinte so, ich weiß nicht, ich find den eigentlich ganz, äh, interessant. Und, äh, bei Dortmund immerhin einer, der den Pass auch mal spielt. Ähm, den Risikopass, den, den man spielen muss, äh, geht nicht immer gut, gar keine Frage. Manchmal ist er auch ein bisschen drüber. Und auch Zweikampf, äh, vielleicht nicht immer so, wie ich ihn gerne hätte. Aber, auf der Acht gefällt er mir eigentlich ganz gut. Ähm, gegen Berlin, glaube ich, hat er ja auch schon, äh, auf der Acht gespielt. Wenn ich mich jetzt, ja, ja, klar, da hatte, da war das erste Spiel mit der Systemänderung, ne. Und dann guckt man das Spiel, ja, und während des Spiels, ich, immer wieder, ha, der Brandt, Ja, der Brandt. Ja. Sagadu auch stark. Ähm, da war mal wieder Fußball. Jetzt ist, natürlich, am Ende stellt man sich dann immer die Frage, äh, war es der BVB? Und, 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 und war der BVB stark? Oder war es einfach so, dass Düsseldorf Groten schlecht war? Ich erinnere mich nur an eine, ähm, Chance irgendwie von Düsseldorf, wo der Ball weit übers Tor geht. Mehr war er nicht. Also, das war wirklich sehr, sehr harmlos. Die Idee, äh, klar, die konnte man am Anfang erkennen. Hinten, wie Düsseldorf und Funkel, oder wie Funkel, halt so ist. Hinten sicher stehen, lange Bälle und dann über die Geschwindigkeit, äh, sowie auch schon, äh, Paderborn gegen Dortmund, das gemacht hat, ähm, versuchen, Gefahr auszustrahlen. So. Der hat ja auch immerhin, äh, äh, eigentlich nicht. Also, es gab auch in der ersten Halbzeit vor dem 1-0 schon diverse Chancen und, ja, das 1-0 war dann einfach nur noch der, der, ja, Knotenlöser und in Halbzeit zwei gab's da nochmal vier drauf. Wo man ganz klar sagen muss, ein Tor schöner als das andere, fand ich, ähm, konnte man schon im Stadion wunderbar betrachten, als wir zu Hause waren, haben wir dann nochmal die Zusammenfassung von allen Samstagspielen angeguckt, ähm, und, ja, fanden die Tore noch schöner, als wir sie so nah dran gesehen haben. Ich, äh, erkenne eine aufsteigende Tendenz. Dann gestern das Spiel gegen Prag, dann nehmen wir mal die Champions League mit rein, ähm, sehr, sehr, sehr starke Prager, also das, das hat mich, hat mir sehr gefallen, was die spielen, ähm, es ist halt keine einzeln, äh, also keine, keine individuellen Jungs, die da rausstechen unbedingt jetzt bei Prag, sondern es ist eine super Teamleistung, äh, auch schon im Hinspiel waren die, äh, ordentlich unterwegs, auch wenn denen dann irgendwann die Buchste ausgingen. Aber die laufen wie die Teufel, ne? Ja, die laufen erstmal und, 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 ja, es hat auch größtenteils Hand und Fuß, natürlich haben die da immer noch so kleine Sachen dabei, wo du denkst, irgendwie, boah, ne? Aber es ist halt Prag, äh, und, äh, dafür insgesamt gehen, so eine Mannschaft wie Prag würde ich gerne in der Bundesliga sehen, um, um, um so einen Vergleich zu haben, weißt du, also, so, ich denke schon, dass das ein einstelliger Tabellenplatz locker wäre, also das war schon, ich hab schlechtere Gegner gesehen, ähm, Dortmund gegen Barcelona zum Beispiel, äh, dann spiel ich lieber nochmal zu Hause gegen Barcelona als gegen Prag. Das war stark, vor allem hatten sie auch gestern nichts, äh, zu gewinnen, ne? Kommen da hin, spielen einfach Fußball und machen das richtig gut. Äh, aber auch da hat mir das, was der BVB gespielt hat, ähm, wenn sie da die Sachen anständig zu Ende spielen, ja, wenn Birke nicht so gut drauf ist, läuft's auch andersrum, alles gut, aber viele Angriffe, die wirklich schon schön vorgetragen waren, ähm, wo, wo dann, ähm, das Finishing fehlte, sehr, sehr häufig gestern. Aber ich, ich meine zu erkennen, dass jetzt hier nochmal mein, 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 mein Grund für diesen Ausflug, ähm, dass ein Trend nach oben zu erkennen ist bei Dortmund. Aber Reus ist immer noch sehr unglücklich, ne? Ja, Reus ist scheiße. Auch das, äh, Ding gegen Düsseldorf oder so, das zweite Ding, wo er den, den Torhüter tunnelt, das war Glück. Gestern hat er eine ähnliche Chance und, und ballert den Torhüter voll auf die Brust. Was soll dat? Naja, beim ersten hat er ja abgespielt, sonst hätten es 1-0 gestanden. Ja, komm, jetzt nicht übertreiben, Reus ist scheiße, ehrlich. Hätte er bei dem Alleingang, wo er sich den Balle kämpft, äh, Balle kämpfen gut, dann läuft er und Hazard sprintet mit, ja, macht da einen kurzen Haken, legt quer, ist das auch drin. Ja, oder, oder von mir aus soll er einfach anständig abschließen, aber wie kann man denn total überlegt, äh, ohne Bedrängnis, äh, den, den, den Torhüter auf die Brust knallen, ja, da wird's auch schwer, den zu tunneln. Hä? Hat er beim FM gelernt. Ja, hat er beim FM gelernt. Also, für Reus, weiß ich nicht, auch gestern gegen Prag einige Sachen, die er einfach liegen gelassen hat, ähm, Elfmeter gegen Barcelona liegen gelassen, und so weiter und so fort, also, ja. Aber ansonsten... Kann sich, kann sich bei Dortmund da innerhalb der Mannschaft in der, in der Folge der Saison vielleicht die Hierarchie ein bisschen verschieben? Wohin? Die anderen, naja, wenn die anderen Kollegen das auch sehen, dass eigentlich unser Kapitän und unser Spieler, der vorangehen soll, nicht wirklich eigentlich die Leistung abruft oder konstant die Leistung abruft, jemand von ihm erwartet? Wer soll dann, was soll dann passieren? Was meinst du? Ja, ich glaube schon, dass wir Dortmund ein, zwei sind, gut, Mats sowieso, aber vielleicht auch noch ein paar von den Jüngeren, die vielleicht schon Ambitionen haben, perspektivisch. Meinst du, das zieht ordentlich die mal runter? In die Richtung, ich kann mir nicht, also ein Sancho wird da keine Ambitionen haben, Kapitän zu werden. Nein, Sancho und Sanchos Ambitionen sind was anderes, aber ich meine, wir haben ja über Brandt geredet, vielleicht hat er ein Ambitionen. Nein, nicht im ersten Jahr, der guckt den Bubi an, nein, nein, Hazard auch nicht, der zieht sein Ding runter, Rafa vielleicht, Ohmels definitiv, aber Ohmels ist doch schon... Wird man aufgrund der Geschichte wahrscheinlich ein bisschen einbremsen, ne? Ist doch schon zwei Tage Ketten oder irgendwie sowas, oder? Der lief, glaube ich, schon auch als Kapitän auf und alle anderen, Akanji, wenn er so Ansprüche stellt, dann kann er sowieso gehen, auch noch einer der Schwachpunkte, wie ich meine. Hakimi auch nicht, der weiß, der spielt auch noch die Rückrunde, Sancho, wie gesagt, wird wahrscheinlich auch noch die Rückrunde spielen. Ja gut, bei Hakimi, der spielt auch die Rückrunde, dann muss er zurück, ne? Ja, dann... Und dann wird Madrid überlegen, ob sie ihn behalten oder halt für richtig Geld irgendwo verhökern, ne? Madrid hat wohl schon gesagt, er bleibt auf jeden Fall, er kommt auf jeden Fall zurück, ne? So viel geht da wohl schon. Man muss ja einfach gucken, er hat eine gute Entwicklung jetzt genommen und wenn er bei Madrid nicht zum Spielen kommt, dann werden die ihn halt für ordentlich Geld verhökern, weil ich glaube, Madrid braucht nächstes Jahr Geld, um einkaufen zu gehen. Zidane hat gesagt, war es Zidane? Ja, ich glaube irgendwie, er möchte mit Cabajal und... Hakimi geht? Ja, ja. Okay. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also wie gesagt, ich denke nicht, dass da irgendwie... Ich glaube auch nicht, dass das Team jetzt irgendwie reu ist. Er läuft ja, er arbeitet viel, er ist ja jetzt nicht eines Kapitänsamts unwürdig, aber er ist halt kein Entscheidungsspieler, kein Gamechanger, kein... Ja, noch nicht. Vielleicht hängt er einfach seiner Form auch nur extrem hinterher und das kommt diesmal in der Rückrunde. Letzte Rückrunde fing es an, der Werk abzugehen. Vielleicht ist diese Rückrunde ja die, wo er dann nochmal total explodiert. Also, wie gesagt, Trend nach oben, für mich erkennbar. Es sind auch drei Bundesligaspiele. Unter anderem mit Leipzig als Gegner, dann aber auch... Wir gucken ja gleich mal, machen ja gleich die Vorschau. Ich kann mir schon vorstellen, dass man noch sechs, sieben Punkte holt. Ich nehme auch gerne neun. Schauen wir mal. Und man überwintert in der Champions League. Auch schön. Da will noch einer was zu Dortmund-Düsseldorf sagen. Will überhaupt mal jemand was sagen hier? Ja, ich habe Spielerzusammenfassung gesehen und kann dem halt nur zustimmen. Also Dortmund, der verdiente Sieger Düsseldorf, wirklich erschreckend schwach eigentlich. Oder vielleicht schwach ist falsch, vielleicht einfach hat man aufgrund der letzten Saison vielleicht ein bisschen mehr erwartet einfach, dass sie Dortmund mehr wehtun. Ich glaube, die haben Dortmund in den Spielen nicht einmal richtig wehgetan. Nein, nein. Ja doch, klar. Direkt in der Anfangsphase, als der Düsseldorf da fast den Knöchel von Reus durchdreht. Ja, ich meine wehtun im Sinne von gefährlicher Aktion nach vorne. Jetzt ist, wie gesagt, die Frage, ob sie nicht konnten, weil sie nicht konnten, oder nicht konnten, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren. Die starken Dortmund da irgendwie. Also ich sehe bei Dortmund auch einen Aufwärtstrend, obwohl ich immer noch sage, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, klar, sicher. Ja. Alles gut. Aber lass uns erstmal mit Schirmer spielen. Jetzt ist man ja eigentlich wieder fast im Fahrwasser drin, ne? Ja, auf drei. Aber man bitte... Leipzig ist so ein Schlüsselding, ne? Wenn du Leipzig wirklich besiegst, bist du komplett drin. Boah, dann... Aber Leipzig, glaube ich, ist momentan den schwersten Gegner, den du kriegen kannst in der Liga. Ja. Würde ich denken. Ja, ja, ja. Fabi. Apropos. Ja, worüber wir noch gar nicht geredet haben, war ja die tolle gelb-rote Karte vom Kollegen Hummels, die war natürlich komplett... Ja, falscher Spieltag. Tono. Apropos Leipzig, ich wollte es schon weiterleiten, jetzt reicht. Ach so. Das ist ja das nächste Spiel, oder? Wahrscheinlich. Nächstes Spiel. Kommt doch mit der gelb-roten Karte von Hummels an. Alter, was... Fabi. Also das stimmt, was ist das? Ja, egal. Passt. Leipzig gegen Hoffenheim. Japp. Das ist doch dein Spiel gewesen. Sicher, ich habe es nicht gesehen. Ja, taffi. Die Anfassung, Werner hat wieder ganz gut gespielt scheinbar. Ja, was soll man zu Leipzig sagen? Die spielen halt so wie in den letzten Spielen. Die sind momentan die konstanteste Mannschaft der Liga für mich. Konstanter als Gladbach, obwohl Gladbach vorne ist. Mega stark. Hoffenheim eigentlich chancenlos. Und ich weise immer wieder darauf hin. Ich sehe da eine ganz, ganz große Gefahr, dass die wirklich am Ende Meister werden. Und das will, glaube ich, 99 Prozent der Bundesliga-Fans nicht. Hofer-Dieter-Sieg in dem Hoffenheim. Du glaubst, Leipzig hat 1 Prozent Bundesliga-Fans. Dann sagen wir 99,9 Prozent. Also Leipzig ist wirklich richtig stark. Haben natürlich auch einen Kader, der halt richtig gut ist. Sicherlich, glaube ich, schätze ich Dortmund grundsätzlich noch stärker ein. Bei Bayern bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wenn ich die Breite betrachte. Und dazu haben sie halt mit Nagelsmann einen Trainer, von dem ich halt eine Menge halte. Aber sie überwintern auch international, oder? Ja, ja. Die sind Erster geworden in ihrer Gruppe sogar. Ja, genau. Gut, in dieser Gruppe. Ja, gut, die waren ja schon durch nach fünf Spiele-Tagen. Ja, die waren durch, dass sie weiterkommen. Aber Gruppensieg haben sie wirklich erst gestern klar gemacht. Ja. Ja, ja, kann nicht jeder so Traumgruppen haben. Und Nagelsmann hat ja schon angekündigt, er ist ja mit ein paar Spielern unzufrieden in dem Kader. Ja, die möchte er gerne austauschen und er würde zur Winterpause gerne nachrüsten. Oh. Ja. Läuft beim Nagelsmann. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, muss man mal gucken. Kommt der Salzburger dann? Muss man mal gucken, ob Leipzig, Pokal sitzt ja auch noch dran weiter, oder? Ja, drei Hochzeiten, Rückrunde. Ich bin mal gespannt. Das ist die Mannschaft gleich nicht gewohnt. Ja, kann sein. Wir werden sehen. Was kommt bei Salzburg? Ja, sicher kommt ein Salzburger. Was denn sonst? Aber bestimmt nicht Haaland. Da gibt auch andere Sinn. Ist das so? Jeder hat das im Sommer, glaube ich. Aha. Wir werden sehen. Salzburg ist ausgeschieden, oder? Ja. Euro-League. Salzburg spielt Euro-League. Aber sie haben gestern gegen Liverpool gespielt, da hatten sie die Chance noch, haben aber 2-0 verloren. Ja. Also Leipzig, ich hoffe mal. Ich habe Spiel gestern gesehen von Salzburg übrigens, lange Zeit wirklich toll mitgespielt mit Liverpool und dann innerhalb von 100 Sekunden haben sie dann halt die zwei gekriegt und das Duell zwischen Haaland und Van Dijk, das war schon knackig. Also wenn da so auf beiden Seiten so 94 Kilo so knapp aufeinandertreffen, das knallt schon. Die haben ordentlich geschubst und gedrückt, muss ich sagen. Wollen wir nochmal über die gelb-rote Karte von Hummels reden? Ne, hab ich? Ja, erzähl mal. Leipzig, ich denke, da kommen wir einen Haken hinter drauf an. Ja, jetzt easy. Easy drei Ports im Tippspiel. Gladbach gegen Bayern. Ja. Blöd gelaufen, Leute. Wieso macht ihr das so? Das ist doch ganz klar, dass da Gladbach gewinnt. Hab ich dann halt auch die Punkte geholt. Keine Ahnung. Also, Gladbach gewinnt 2-1. Bayern hat es wieder nicht mit der Chancenverwertung. Man merkt einfach, wenn Lewandowski nicht in Top-Form ist, wird es da vorne eng. Sie haben es ja trotzdem ihre Chancen. Na gut, ich hatte 3-1. Niemand diese Konsequenz nutzt. Ja. Also Bayern auch wieder mit einem dicken Chancenplus, wie auch schon die Woche davor gegen Leverkusen. Also ich muss ehrlich mal sagen, den 2-1-Siegs von Gladbach gegen Bayern haben bei uns acht Leute getippt, ja. Echt? Ja. Oh. Du auch? Ja, klar. Ah, okay. Einfach die Punkte, oder? Das Spiel war, wo am meisten Punkte gemacht wurden. Und es war so. Sitt hatte 3-2 getippt. Ja. Ist schon viel 2-1. Marburg auch. 3-1 hatte ich getippt gehabt mit Fabi Loh. Mhm. Ja, und der Rest meinte irgendwie unentschieden oder Sieg von den lustigen kleinen Bayern. Ja, das war schon sehr, sehr viel 2-1-Tipp für Gladbach. Also auch in unserer Tipprunde sind nur Fußball-Experten am Werk. Ja. Definitiv. Definitiv. Reden wir gleich nochmal drüber. Aber erstmal Gladbach gegen Bayern. Tono. Ja, Bayern zum Start halt brutal offensiv. Belohnen sich aber für ihre Angriffe nicht. Sommer rettet den Ball Zentimeter auf der Linie. Da kann man ja die Torni-Technik. Mit der Fingerkuppel. Ja. Die Handschuhe haben einen sehr guten Grip gehabt, hat glaube ich der Kommentator. Ja, ja, genau da. Ich meine, okay, er hat ja erstmal die Scheiße, glaube ich, sogar gebaut, wenn ich mich an die Szene erinnere, oder? Das sah schon ein bisschen komisch aus. Dann muss ich aber sagen, das ist 1-1 von Perisic, schön aus der Drehung abgeschlossen. Gut, erwischt natürlich auch ein bisschen auf dem falschen Fuß. Danach hat Rose umgestellt, hat in Polo gebracht, unter anderem. Dann Gladbach tatsächlich auch mutiger nach vorne hin, haben das 1-1 dann durch den Standard gemacht. Und Martin ist wieder da, die die Notbremse reinrutscht, hat er sich dankbar die rote Karte dann abgeholt. Und er hat duselt sich für Gladbach, muss man halt sagen. Also von den Statistiken, von den Werten her, wenn man sich das so anschaut, hätte Bayern das gewinnen müssen. Haus hoch sogar gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Und Gladbach duselt sich zum Sieg, aber so kann man Punkte holen. Und so kann man eventuell auch dann dort oben sich eventuell demnächst an den Herbstmeister krallen. Je nachdem. Ja, müsste man jetzt gucken, ob da jemand bei uns in der Tipprunde als Bonustipp Herbstmeister Gladbach angegeben hat. Ich glaube eher wenig. Ich glaube. Unwahrscheinlich, würde ich sagen. Auch nicht, aber, aber... Oder haben wir einen Gladbach-Fan unter denen? Ja, kann sein, ne? Bayern Dortmund, Bayern Dortmund, Bayern Dortmund, Bayern Dortmund, Bayern... Nein, alle sagen Bayern Dortmund. Es gibt keinen anderen Tipp, glaube ich, außer Bayern oder Dortmund. Hat keiner Leipzig? Nee, auch nicht. Oder Schalke? Nein, auch nicht. Nee, tatsächlich. Wahnsinn. Also Leipzig hätte ich mir noch vorstellen können, aber Schalke nicht. Wir haben ja fanatische Schalke-Fans, die tippen ja manchmal auch auf Schalke. Ja, in ihrem jugendlichen Leichtsinn. Also ja, Gladbach-Bayern, Paffi. Ja, Thorn hat alles gesagt. Ich glaube, bis zur 60. Minute, glaube ich, Bayern drücken überlegen. Gladbach, glaube ich, nicht einmal gefährlich geworden. Ja, und dann nimmt das Unheil halt seinen Lauf. Nach dem Standard kriegst du das 1-1. Sehr, sehr unverdient. Dann fangen die Bayern halt an zu zittern, muss man einfach sagen. Was auch normal ist, weil sie sind halt in Zugzwang. Sie wissen, sie spielen gegen Gladbach. Sie müssen eigentlich jetzt Punkte aufholen. Und dann macht Kimmich da, glaube ich, im Mittelfeld einen katastrophalen Pass oder so, wo dann halt Gladbach den Ball erobert. Und dann weiß ich halt, Martin ist irgendwie nicht mehr anders zu helfen, außer da halt irgendwie sehr stümperhaft in den Reizug rutschen. Und dann haut er den halt um. Kommt klare rote Karte, Elfmeter, glaube ich, Nachspielzeit. Und ja, dann ist es halt. Wer war das? Thüram oder wen hat er da umgesetzt? Ja, ich glaube, war Thüram, ja, ja. Aber der ist doch auch abgesprungen. Ja, der ist definitiv abgelungen. Aber man muss sagen, also... Die Frage ist, ob er sich damit schützen wollte und es dann trotzdem halt ein Foul ist oder ob es halt dann doch eher Schwalbe ist. Also für mich geht er da mit beiden Beinen da irgendwie voran rein. Der Meta ist kein Inspektabel. Nee, finde ich auch. Der ist, also da muss nicht drüber diskutieren. Ich würde, Martin ist klar, er kriegt Rot, er macht das Foul, aber er gibt ihm da halt nicht, er gibt ihm halt nur eine Teilschuld, weil er muss ja nur das ausbügeln, was da halt vorne im Mittelfeld halt falsch gelaufen war von Kimmich. Ja. An der Stelle wollen wir über die Gelb-Rot-Karte von Hummels reden. Fabi? Ja. Ja, also... War es eigentlich, Martin, glattrot oder gelbrot? Glattrot. Gelbrot, nein. Nein, gelbrot war es. Ja, 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 es war nämlich nur gelbrot, wo ich mich nämlich in der Zusammenfassung auch gewundert habe. Weil es war im Strafraum unter Elfmeter und dann geben sie ja keiner die Eier. Ach so, Entschuldigung. Das heißt, ich darf im Strafraum mein Messer zücken, dem anderen in den Kopf reinrammen und es gibt dann Elfmeter und Gelb. Rot, scheinbar, ja. Ja, super. Das ist doch ein Plan. Also, ganz ehrlich, auch wenn er ihn dann nicht... Das war doch dasselbe Spiel mit Boateng in Frankfurt. Wäre es einen Elfmeter gegeben, hätte er nur Gelb gekriegt, da es außerhalb war, was Notbremsen und Freistoßen... Ja, aber irgendwo hört es auf. Also, wenn wirklich jemand mit beiden Beinen gestreckt voran in den Mann reinspringt, auf Knöchelhöhe und höher, dann ist das für mich... Da kannst du keine gelb-rote Karte mehr geben oder keine zweite gelbe Karte geben. Weil das ist ja... Eigentlich ist es ja nur eine gelbe Karte dann. Das geht nicht. In der Statistik ist es Gelb-Rot auf jeden Fall. Ja, ja. Ich meine nämlich auch. Und das geht bei so Sachen überhaupt nicht. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich gebe ja schon Elfmeter, da muss ja Gelb-Rot reichen. Geht nicht. Braucht nicht hin. Ja. Ja, du sagst ja nicht Gelb-Rot, sondern du sagst ja, es ist eigentlich nur eine gelbe Karte. Ja, es ist ja nur eine gelbe Karte in dem Fall. Genau. Und das kann ja nicht sein. So ein Ding. Ich kann ja nicht meinen Schuh ausziehen. So scheinen die Regel dies Jahr... Ach, das ist doch Unsinn. Tono hat schon... Fabi, Klapper Bayern. Ja, man hat gerade noch angemerkt, dass die keinen Druck hatten. Sie haben von oben runtergekriegt. Okay, kommt nur Unsinn. Jeb? Nein, jetzt sei ruhig. Ich will weiterreden. Dankeschön. Ja, wie? Keinen Druck hatten. Die haben nichts... Die haben zweimal aufs Tor geschossen. Ja, sie sind nach dem Einzel von Bayern ruhig geblieben, weil sie wussten, okay, wir können das, wir sind Erster und seitdem wir verlieren, ist uns das Schnuppe, weil die Bayern können uns nicht überholen. Die können uns mal am Arsch lecken. Und dann haben sie im Bolo gebracht, der eh ein super Spieler ist und dann auch echt abliefert. Haben sie das 1-1 gemacht und dann auch in der Endphase sind sie nicht nervös geworden. Haben sie gesagt, wir müssen ja unbedingt gewinnen. Nein, sie haben gesagt, wenn es dann die Chance gibt, die dann Herr Martinez sehr nett gegeben hat, nutzen wir die und wenn nicht, das Spiel war auch unentschieden. Das ist auch ein super Erfolg. Hast du das Spiel ob du siehst, Fabi? Nee, ja, dann nicht. Ehrlich, Fabi, hast du das Spiel wirklich gesehen? Ja. Zusammenfassung oder live? Konferenz. Konferenz, okay. Gut. Ja, aber was man schon gesagt hat, oder was das Problem der Bayern jetzt aktuell sind, neben dem ausgewogenen, sehr breiten Kader, ist halt das Chancenübermaß, denen sie vergeben aktuell. Also ja nicht nur an dem Spieltag gewesen, sondern auch schon die letzten zwei, drei Spieltage, wo die ein Pro an Spiele oder Torchancen haben und halt das Tor nicht treffen oder das Tor nicht machen. Und jetzt hat halt Lewandowski mal wieder das zweite Spiel nicht getroffen oder hat er gegen Leverkusen getroffen gehabt? Auf jeden Fall in dem Spiel hat er jetzt nicht getroffen gehabt und dann verlieren sie schon. Ja, Bayern hat de facto halt nur zwei, die so, wenn man konstant sagt, Toro machen. Das ist halt leider Gnabry und Lewandowski. Achso. Ja, Coutinho auch. Spielt der Coutinho da eigentlich noch? Man, der ist doch der beste Spieler der Liga. Eigentlich ja. Der Welt. Ah, und wie wird der Welt? Nein, nein, nein. Der Liga kann ich noch zitieren, aber der Welt aber nicht. Ja, ja. Jetzt sind 14 Spielteile rum und ich sehe immer noch kein Coutinho. Mann! Ausstellung Coutinho, nö, hat nicht gespielt. Ah, okay. Ja, man weiß es nicht. Aber Müller, ne? Müller hat gespielt. Müller hat gespielt. Er hat ja fast dieses komische Gammeltor da wieder erzielt. So ein typisches Müller-Tor. Wäre es fast geworden wieder. Ja, also. Bei Fabi schüttle ich jetzt einfach mal den Kopf, aber der kann es wieder gut machen. Freiburg-Wolzburg, Fabian. Ja, es war ein richtig schlechtes und langweiliges Match. Wolfsburg wieder hat dieses komische, passive Fußball. Die greifen nicht richtig an, arbeiten auch keine richtigen Chancen. War eigentlich wirklich so ein typisches 0-0-Spiel. Am Ende natürlich Traumfreistoß von Schmid, den macht er auch nicht oft. Dadurch holt sich dann Freiburg glücklich den Sieg, aber auch das Spiel war echt nicht gut. Und Wolfsburg ist ganz, ganz komisch. Mal spielen sie richtig gut unter Glasner, schön offensiv Fußball. Dann wieder so passiven, langweiligen Fußball, wo sie nichts hinbekommen. Keine Ahnung, was da Wolfsburg los ist. Danach gab es ja auch die öffentliche Kritik an die Spieler von Glasner. Interessant, was da passiert. Tünnchen. Also, ich habe da schon einige Chancen von den Wölfen gesehen. Jetzt bräuchte man eigentlich einen Soundfall von Bojty, Baut Wechhorst. Hat da leider einige liegen lassen, auch ein paar richtig Dinger, die er jetzt eigentlich sonst machen würde. Gott sei Dank. Ich dachte, ich hätte schon wieder irgendwie falsch geguckt, als ich die zusammenfassend gucke. In der ersten Halbzeit war Wolfsburg klar die aktivere Mannschaft. Freiburg hat man nicht wirklich viel gesehen. Bisschen komisch fand ich tatsächlich, Freiburg war sehr zurückhaltend. Und am Ende tatsächlich der Hammerfreist von Schmid, der knallte dem Pfosten, geht dann rein. Am Ende ein sehr glücklicher Sieg für Freiburg. Weil, wenn Baut Wechhorst vielleicht sein Visier ein bisschen besser einstellt, könnte man auch sagen, von den Chancenverhältnissen hätte die Wölfe das gewinnen können in Freiburg. Ja, für mich war es von vornherein eher so ein unentschiedenes Spiel. Das hat sich auch lange Zeit so abgespielt. Also auch wenn Wolfsburg mal eine Torchance hatte, aber groß Angst musste Freiburg da auch nicht haben. Und das ist so rumgeplätschert. Und so ein Spiel kann eigentlich nur 1-0 durch einen Freistoß ausgehen, weil sonst hätten die noch zwei Spielzeiten dranghängen können und die hätten immer noch kein Tor geschossen. Aber habe ich nicht auch vor Augen, dass irgendwie Reingabe von Links und Wechhorst kommt da am langen Pfosten? War kurz vor Schluss, wo er das 1-1 machen muss. Er hätte machen müssen. Also ich erinnere mich da aber auch, so wie Tonno, durchaus an diverse Chancen auch von Wolfsburg in diesem Spiel. Ja, ich sage ja, keine Chancen. Das ist halt so ein normales Fußballspiel. In jedem Fußballspiel hast du normalerweise irgendwie 1-2 Torchancen. Also es gibt selten Spiele, wo eine Mannschaft überhaupt keine Torchancen hat. Aber es wäre ein gerechtes Unentschieden gewesen. Also es war nicht, dass Freiburg an dem Spiel besser war. Die hatten halt das Glück mit dem Freistoß. Aber wenn das am Ende 0-0 ausgeht, hätten sich beide auch nicht beschweren können. Ich hätte jetzt eher so vom Spielbelauf her auf einen knappen Sieg von Wolfsburg als gerechtes Ergebnis mich versteift. Paffi! Wolfsburg war die bessere Mannschaft, ohne wirklich gut zu sein. Sie hatten ihre Chancen vereinzelt, aber wenn man den Kader von Wolfsburg betrachtet, muss da mehr möglich sein. Über den Freistoß müssen wir uns nicht unterhalten. Das ist ein Traumfreistoß. Ich glaube sogar Schmied ist, wenn man glaube ich die letzten fünf Jahre betrachtet, der erfolgreichste Freistoßschütze der Liga. Der hat schon öfter so eine Teile gemacht. Der ist unhaltbar. Sieht wirklich mega geil aus. Glücklicher Sieg für Freiburg. Wolfsburg, ja, enttäuschend. Aber die letzten Spiele waren sich halt schon enttäuschend. Die sind ja wirklich gut gestartet in den Saison. Und ich dachte, Mensch, da geht mehr bei denen. Gerade jetzt, wo die Liga so eng war, wäre es eigentlich für Wolfsburg eine Chance gewesen, richtig was zu holen. Und jetzt sind sie wieder neunter grauer Maus. Mit grauen Maus, ne? Mag sein, mag sein. Wenn du die Statistik davon anguckst, das ist sowas von ausgeglichen. 10 zu 10 Torschütze. Beide 115 Kilometer Laufleistung. Gespielte Pässe 378 zu 376. Angekommene Pässe 276 zu 266. Komm, scheiß auf deine Statistiken. Weil Witze geht da jedes Mal mit 99,999 Prozent Passgenauigkeit runter und es ist nicht ein Ball nach vorne gespielt. Gut, jetzt ja sowieso nicht mehr. Ist ja von der Leiter gefallen. Aber Statistiken sagen nichts aus. Apropos graue Maus. Augsburg Mainz. Das Einzige, was gut ist, Freiburg hat 25 Punkte. Laut Weisheitsformel brauchen sie noch 15 Punkte, um nicht abzusteigen. 15? Brauchen sie nicht. Ja, 40. Mit 40 steigst du auf keinen Fall ab. Nee, mit 40 steigst du auch schon passiert. Aber ich denke, vielleicht brauchen sie bloß noch 8. Ich denke, da kommst du eher so in den Bereich. Vielleicht reichen es sogar noch 5 Punkte, weil es kann sein, dass du dich mit 30 Punkten schon von der Relegation weghältst. Weil da unten, die machen ja auch kaum Punkte. Ja, eben. Das meinen wir. So, jetzt aber graue Mäuse. Augsburg Mainz. 2 zu 1. Oh yeah. Der Rap ist in the house. Ich traue mich nicht, Fabian zu sagen. Tonno. Ja, Augsburg zum Start sehr drückend. Mainz konnte eigentlich kaum für Befreiung sorgen. Aber treffen die Dinger nicht, vor allem Richter allein vom Tor. Das war mit Grau. Das wird dir wahrscheinlich noch Wochen verfolgen, dass er den nicht gemacht hat. Und dann auf einmal der erste Mainzer Angriff und der saß dann direkt. Kubik stand noch ein bisschen zu weit draußen. Augsburg hat sich aber nicht hängen lassen, weiterhin aktiv nach vorne gespielt. Dann durfte sich Richter endlich nach noch weiteren vergebenen Tickenchancen dann endlich mit dem 1-1 belohnen. Und dann zum Ende nochmal der Elfmeter nach Videoschiri auch vollkommen zu Recht dann das 2-1 gemacht. Am Ende hat sich Augsburg für den Aufwand, den sie gegen Mainz ging, überraschenderweise schwache Mainzer tatsächlich, meiner Meinung nach, belohnt gehabt. Also sie sind nicht so gut aufgetreten wie in den beiden Spielen davor. Ja. Ja. Ja, bei seinem Ausgleichstor hat er auch nicht wirklich gejubelt. Da war er so nach dem Motto, Alter, es wird doch mal Zeit. Ja, ich habe auch mal den Kälte abgegeben. Ja. Hör ich. Wie gesagt, Augsburg war die bessere Mannschaft. Und der erste Torschuss vernünftig von Mainz war halt drin. Kubik sieht grottig schlecht aus. Also er hat ja schon etliche Klopse in dieser Gesong gehabt, wo man sich fragt, warum Augsburg für den so viel Geld bezahlt hat. Und danach Augsburg weiter versucht, konsequent zu sein, vorne machen. Am Ende verdient 2-1 durch den Elfmeter. Eigentlich war der Unterschied in dem Spiel mehr als nur ein Tor zwischen Augsburg und Mainz. Fabian. Aber sie hat einen Richter. Es wurde über Torhüter geredet. Ja, und ich kann euch voll zustimmen. Kubik sah katastrophal aus. Es sah aus, als ob er dachte, dass der Ball drüber geht. Deswegen hat er sich nicht bewegt. Da hat er gemerkt, okay, das denkt sich doch noch. Springt dann hoch, aber viel zu spät. Also das darf dem nicht passieren. Klarer Torwartfehler. Wieder mal von Kubik. Wie in Augsburg haben sie es nicht so mit guten Torhütern. Und dadurch führt er sich total glücklich 1-0. Richter ist schön was für den Jahresrückblick. Das wird ihn das mal noch begleiten. So, was dann Richter macht. Das hätte nur ein Gommes drüber schießen können. Ein normaler Mensch schafft das nicht, den noch vorbeizuschieben. Drum macht den und dann Elfmeter. Wie schnell das völlig verdient 2-1. Ich war sehr enttäuscht von Mainz. Weil letzte Woche sah es eigentlich schon ziemlich gut aus auf Unterweilorza. Jetzt wieder ein sehr schwaches Spiel, wo man es auch unter Sandro Schwarz oft gesehen hat. Ja, so ist es dann eher unter das Mittelfeld. Wenn nicht sogar Abstiegskampf, so wie Mainz sich da präsentiert hat. Will noch jemand irgendwas loswerden zu dem Spiel? Nein. Also Mainz ist ganz klar mit im Abstiegskampf drin also. Da haben wir erst 14-Spiel gespielt. Alles noch eng. Alles noch eng. Eng ist gut. Eng ist. Ja. Kriege ich keine Überleitung. Eng war es auch im Spiel. Leverkusen gegen Gelsenkirchen. Nicht wahr, Jeb? Ja, ich habe es nicht so wirklich mitbekommen, was da passiert ist. Tonto! Ich habe mich vorbereitet. Ja, ich merke das schon. Ja, Leverkusen 1-0 nach Ecke. Ein Hübelschotter nicht gut aus geht raus. Und wenn der Torwart rausgeht, muss er den Ball haben. Fabi, ist das so? Ja, weiter Tornow. Aber allgemein haben die Leverkusener sehr viel Raum zum Spielen gekriegt von den Schalkern. Aber Leverkusen vergibt einfach zu viele Chancen. Sie hätten früher schon höher führen müssen, haben es aber nicht genutzt. Das 2-0 war dann sehr schön rausgespielt von Amiri, der dann den Ball von der Grundlinie in den Rückraum spielt. Und Alario muss nur noch einnetzen. Ja, und das 2-1... Ist nicht schlecht von Schalke, aber im Großen und Ganzen war es ein sehr schwaches Spiel von Schalke, die den Leverkusern einfach zu viel Raum zum Spielen gegeben haben. Ja. Paffi. Leverkusen ist spielerisch klar die bessere Mannschaft, muss man einfach sagen. Man hat gemerkt, dass Havertz wieder da ist. Er war zwar verletzt, aber irgendwie scheint er in der Verletzungspause so ein bisschen vielleicht die notwendige Kraft getankt zu haben, die vor ihm so ein bisschen gefehlt hat. Er war wieder leichtfüßig. Er war wieder Schalt, Dreh- und Angelpunkt dieses Teams. 2-1 ist viel zu knapp im Verhältnis, wenn man einfach das Spiel sich betrachtet. Schalke sehr, sehr einfallslos in diesem Spiel. Leverkusen muss zwei, drei Tore mehr machen, meiner Meinung nach. Fabinho, zum Torwart hast du ja schon mal alles gesagt. Jetzt die Analyse des Spiels. Das Rest habe ich nicht gesehen. Ach, das reicht. Und Arangis war übrigens in dem Spiel auch sehr gut, muss man einfach sagen. Gibt es irgendwie auf The Zone nur so eine Torhüter-Highlight-Spieltag zusammenfasst? Für mich schon, ja. Dann kommen wir zum Sonntag. Union Berlin gegen Köln. Auch einfache Punkte im Tippspiel. Denn Union zu Hause, Köln auswärts. Da brauchst du kein Profit. Kein, kein, ne? Wie haben wir nochmal genannt? Paffi da muss sein. Da weißt du einfach, das Ding geht rein. Und Köln guckt jetzt wie ein dummes Schwein, denn sie sind. Was? Ja, letzter. Genau. Aber schlechter als Paderborn. Wie, genau. Schlechter als Paderborn. Und da haben sie auch hart drauf hingearbeitet. Denn Köln spielt wirklich konstant schwach diese Saison. Wenn man das jetzt mal mit Paderborn vergleicht, dann lässt es einen so ein bisschen ratlos zurück. Weil Paderborn spielt nicht konstant schweiße. Die spielen halt irgendwie. Der Regel war gut. Teilweise sogar richtig gut, genau. Und es ist eigentlich nur folgerichtig, dass Köln jetzt endlich auch da gelandet ist, wo sie anscheinend unbedingt hin wollten. Es ist natürlich die Frage, was muss ich jetzt bei Köln ändern, dass sie in der Rückrunde dann noch irgendwie die Wende bekommen. Sich bewusst werden, dass sie im Abstiegskampf hängt. Trainer mit Köln. Nee, das haben sie ja schon. Viel bleibt nicht mehr. Oder? Vielleicht den Geißbock killen und ein Ersatz mal hinstellen oder so? Vielleicht sollten sie im Winter mal eine Runde Wasserrifting machen, das Team noch besser zusammenzusetzen. Ah, du meinst also eine... Ah, eine... Welche Hände sind das dann? Der neunte oder der zehnte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen sie im Winter den Bock umstoßen. Paderborn ist der Einzige, ob ich verstehe. Oder Schlachten. Oder Schlachten. Ja. Dann gibt es dann... Liegen dünner. Aber... Erzähl ruhig, Tonno. Nee, mach. Nee, mach. Nee, also... Nee, mach. Zu dem Spiel... Köln wirklich... Ja, chancenlos. Entschuldigung. Union, klar die bessere Mannschaft. Union war, glaube ich, das erste Mal, wurde ja auch gesagt, wahrscheinlich Favorit in dem Spiel. Der Favoritenrolle sind sie gerecht geworden. Du weißt, was bei Union, was du bekommst. Und du bekommst es jeden Spieltag. Und sie holen ihre Punkte. Die haben jetzt 19 Punkte. Die sind richtig im Soll. Gegen direkten Konkurrenten. Und bei Köln muss man einfach sagen, ich glaube, die sind mit der Erwartung gestartet, dass sie zwar schon Aufsteiger sind, aber kein normaler Aufsteiger. So vom Gefühl her, wir werden schon irgendwie so um Platz 12, 13 irgendwie eintrudeln. Und wenn es ganz gut läuft, werden wir noch besser. Aber die kriegen es ja nicht auf den Boden. Und alle Experten waren ja auch der Meinung, die sagten, okay, der Kader von Köln sieht eigentlich schon recht kompatibel aus für die Bundesliga. Aber irgendwie geht es gar nicht bei denen. Ja gut, die haben ja irgendwie 20 Millionen vor der Saison noch in Spieler investiert. Paderborn hat irgendwie keinen Umsatz gemacht. Und die haben ja auch irgendwie nur so Spieler, die relativ ablösefrei gekommen sind, zwar Erfahrung aus der Bundesliga teilweise haben, aber halt auch keine großen Transferausgaben gehabt. Ja, bei Köln muss man doch einfach sagen, es wirkt halt auch so, als wäre Köln kein Team. Ja, das ist halt meine Frage. Paderborn hat definitiv weniger Qualität, aber die sind ein Team. Sie spielen immer an dem, was sie können. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Beim Union ist es ähnlich. Bloß bei Köln hast du das Gefühl, da hast du halt viele Individualisten. Da hat man jetzt vielleicht 20 Millionen ausgegeben, aber man hat irgendwie nicht darauf geachtet, dass die Struktur passt in der Mannschaft. So wirkt es für mich. Und der Trainer, der vorher da war, wirkte ratlos und wusste nicht so richtig, wie er dieses Team handeln kann. Und auch der Trainer Wechsel hat ja wirklich null gebracht. Ja, das hat meine Frage. Was können sie im Winter jetzt noch machen? Also wirklich eine Teambuilding-Maßnahme, Survival-Camp, vier Tage Zusammenschweiß. Mentalitäts-Scheiß. Ja, vermutlich werden die auch noch mal auf dem Transfermarkt irgendwas holen. Ja, aber was bringt das? Einfach nur, damit sie irgendwas holen müssen. Was, der Tuber Patex? Die Fans wollen halt irgendwie, es alles versucht wird. Sprich, die werden noch mal einige Millionen in die Hand nehmen. Eventuell werden sie auch nur Leihspieler sich holen für die Rückrunde. Also der Held wird da wahrscheinlich irgendwie Halb-Schalke oder sowas zurückholen. Ich sehe, ich sehe da, wird schwer für Köln. Ich wüsste nicht, wie sie das jetzt hier hinbiegen sollen. Sie können natürlich gerne noch mal den Trainer wechseln, aber spätestens dann Zurückrunde werden sie merken, an dem hat es auch nicht gelegen. Vielleicht kommt der Stöger noch mal zurück. Ja, keine Ahnung. Ganz komisch. Ganz eigenartig. Aber hier hatten wir ja auch wieder die Torlinien-Technik, was ich sehr lustig fand in der Übertragung bei Sky, auf einmal so, ja, das Hawkeye ist hier ausgefallen. Sprich, sie haben das Tor erst mal gegeben, ohne dass die Torlinien-Technik da den visuellen Beweis gegeben hatte. Die Uhr hat zwar vibriert, aber irgendwie so, ja. Meine auch. Immer beim Torfeld? Ja, auch so. Was ich aber gerne noch sagen möchte zu Union. Ich bin der Meinung, dass Union ja seinen Kader sehr clever aufgestellt hat. Haben wir schon mal gesagt. Aber vorneweg ganz stark, dann kann natürlich die Guardians-Figur der Torwart-Analyse gleich auch noch was zu sagen. Gikiewicz. Gikiewicz hat auch wieder extrem starke Paraden gezeigt. Und ohne Gikiewicz würden sie wahrscheinlich das ein oder andere Spiel auch nicht so gut abschneiden. Ich kann mich da übrigens an die Analyse vor der Saison erinnern. Und da hat der Torwart-Guru bei uns gesagt, Gikiewicz ist eine Pfeife. Ja. Fabi, was ist passiert? Ist er besser geworden oder hast du dich geirrt? Ähm, er hat sich weiterentwickelt und hat sich an die Bundesliga angepasst. Man merkt auch, der hat einfach richtig Bock. Und er hat sich der Herausforderung gestellt und ist daran gewachsen. Und ist jetzt ein Wichter-Torwart für Berlin geworden. Also. Aber bei einem Verein auch funktioniert es eine andere Sache. Aber bei Berlin ist er eine gute Stütze geworden. Absolut. Mit 32 hat er sich nochmal richtig weiterentwickelt. Ja. Ich glaube, er hat denselbe Flügelt, dass er ja ein Tor gemacht hat bei einer Ecke. Und jetzt ist er auf Wolke 7 immer noch und deswegen hält er nicht so gut. Komm, machen wir. Übrigens für alle, die zuhören, der Schlüsselspieler bei Union ist ein Herr anders. Weiter, bitte. Ja, hat man schon. Kommen wir auch zu einer Mannschaft, die auf Wolke 7 schwebt. Aber an der Schwarzen, oder? Äh, ich dachte jetzt Paderborn. Achso, ja, Paderborn. Mit dem Treffer in der Endphase war es schon die Nachspiel. Ne, Nachspiel ist immer irgendwie so um den Dreh. Ja, es war mit einem Armpfiff im Prinzip. So um den Dreh, ne. Bremen, können wir kurz und knapp machen. Bremen ist einfach viel zu dumm, um ihre... Nee, ich sag nochmal, bei Bremen fehlt der Mann davor, also der den Pass davor spielt. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich muss eins sagen, bei Bremen, Klaassen, finde ich, wird immer besser. Wir haben in der letzten Saison ja gesagt, irgendwie ein ganz interessanter Transfer. Letzte Saison fanden wir dann alle so, so lala. Ja, aber ich finde diese Saison, ähm, er ist wirklich super präsent im zentralen Mittelfeld. Nicht nur fürs Umholzen und Umhacken, ähm, momentan da, sondern auch für Akzente nach vorne. Und das macht er eigentlich ganz gut. Ähm, für mich fehlt dann aber immer noch so dieser eine Spieler, äh, der dann so den letzten Kick dann auf den Stürmer bringt. Und dann findet man natürlich noch der Stürmer, der dann das Türchen macht. Wobei, äh, die Stürmer, die sie haben, die können dann schon da das Türchen machen. Ähm, wie heißt der Osaka-Dings hier? Osako. Der Osako, Entschuldigung. Der wäre einer, den ich eigentlich zutrauen könnte, dieser Spieler zu sein, der dann, ne, den letzten Ball spielt auf den Kollegen, der dann nur noch einnetzen muss oder, oder, oder. Bittenkurt hat mir auch sehr gut in diesem Spiel gefallen. Also, ich habe das Spiel zweiter Halbzeit auf jeden Fall komplett gesehen. Davor, äh, in den letzten Minuten der ersten Halbzeit, äh, in der zweiten Halbzeit war Bremen spielbestimmt. Ähm, aber einfach zu blöd. Zu blöd, aus ihrer Überlegenheit auf dem Feld irgendwie auch nur was Sinnvolles zu machen. Also, ich kann mich da nicht mal an großartige Torchancen dann irgendwie erinnern. Ähm, über die 45 Minuten, die ich dann gesehen habe. Weil alles schon vorher im Keim verpupfte. Ja, und dann kommt Paderborn und dachte ich, wenn keiner will... Dann, äh, nehmen wir die drei Punkte mit nach Hause. Aber wie? Ja. Aber ist ja, ist ja, ist ja eine, ist ja eine Entwicklung oder ist ja eine Tendenz, die bei Bremen die ganze Saison schon ist. Ja. Irgendwie, ähm, sieht oftmals wirklich gut aus, ähm, aber sie belohnen sich halt null oder zu wenig. Da fehlt halt dieser, die letzte, die letzte Konsequenz vorne, die fehlt ihnen halt. Ne? Äh, äh, wie du schon sagtest, Osako oder auch, ähm, der Bosnia, die sind halt, haben halt wahnsinnig Tempo. Der Bosnia ist nicht ganz technisch so stark, aber, aber Osako ist, wie jeder Italiener, wie jeder, ähm, Japaner. Die Japaner grundsätzlich, die nicht in Japan spielen, sondern in den europäischen Toplingen, die sind alle technisch perfekt ausgebildet. Das merkst du, das, mit dem kann man spielen, aber irgendwie fehlt da was. Sag ich kurz, wer ist, welcher Bosnia? Naja, ist das nicht Bosnia hier? Wie heißt der? Rashica meinte er. Rashica ist Kosovari. Kosovari, oh, Entschuldigung. Ja. Aber jedenfalls, der ist halt wahnsinnig schnell, ähm, durchaus durchsetzungsstark, aber technisch sicherlich noch verbesserungswürdig. Ähm, aber Osako, irgendwie sieht das alles schön aus, wie du sagst, aber das Produkt, was rauskommt, ist halt viel zu wenig. Einfach für den Aufwand, den die betreiben, die ganze Saison über schon. Ja. Ersten Bullach klopft bei Rashica übrigens intensiv an, ne? Naja, die klopfen noch überall an, die Einländer. Ja, die haben ja auch, äh, genug Faust zum Klopfen. Ja, mit Geldscheine drin. Ja, Bremen-Paderborn. Die klopfen nicht mit Geldscheine, die klopfen nicht mit der Faust, sondern gleich mit dem Koffer, oder? Ja, oder mit dem Geldköfferchen. Ja. Ähm, auch bei Bremen muss man sich dann fragen, was, äh, passiert in der Winterpause, weil die schwimmen ja jetzt auch nicht gerade in Geld. Ähm, ähm, verkaufen wir uns das. Hä? Alles andere als das. Alles andere als das. Ja, aber das haben wir schon bei Toprak gesehen, dass man entgegenkommen musste, dass das überhaupt finanzierbar wird und so weiter. Das wird nicht einfach für Bremen. Ja, wenn da wirklich jetzt so ein Engländer um die Ecke kommt und sagt, wir bezahlen für Rashica 20 Millionen, muss man in Bremen, glaube ich, gut überlegen, ob man Nein sagt. 40 Millionen sind angeblich. Ich glaube, da kannst du nicht Nein sagen, wenn da ein dickes Angebot kommt. Also angeblich sollen 40 Millionen im Raum stehen. Hm, da musst du Ja zu sagen als Bremen. Dann musst du da wahrscheinlich Ja zu sagen. Eggestein, auch einer, der nicht, äh, so wieder in der Form unterwegs ist, wie zum Beispiel in der Hinrunde letzte Saison. Hinrunde? Ja, irgendwann mal. Hinrunde, ja. Ende, Hinrunde, 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 Hinrunde. Ähm, und dann pleppert das so, ich weiß, Bremen hat auch diverse Verletzungsprobleme in dieser Saison gehabt und so weiter und so fort, aber, ähm, ich hab im Sommercheck gesagt, ähm, es kann funktionieren, äh, auch mit einem Sergeant als Stürmer, Rashica daneben, ähm, der Abgang von Kruse tat mir gar nicht so weh, es wäre eine Chance gewesen, das Spiel zu ändern, äh, aber es muss halt irgendwie, muss sich da mal jemand berufen fühlen, die, diese kreative, tödliche Idee zu haben. Wir treffen dann das Tor. Aber könnt ihr euch an dem Spiel irgendwie großartig jetzt an, an Szenen von einem Stürmer erinnern, wo er das Ding verballert hat? Nee, nee. Ja, ich wende mich nicht gut von der Seite, aber... Ja, Rashica hatte auch so eine Sache, wo er den Ball, glaube ich, eroberte oder so und dann, aber irgendwie den Fuß wechseln wollte und das dann ein bisschen verkackt hat, aber, nee, aber es waren jetzt ja Mittelstürmer-Sachen, kein Querpass oder so, dass er dann nur noch einschieben braucht und dann irgendwie blöd gescheitert ist. Das, die Szenen gab's ja gar nicht. Deshalb denke ich, es lief nicht an den Mittelstürmern bei Bremen, sondern schon irgendwie an den Zuarbeiter. Die Zuarbeiter. So, will dann einer was zu sagen hier zu Bremen-Dings? Nein. Dann kommen wir zum 15. Spieltag der Bundesliga. Und es wird spannend. Alle können wieder hier volles Rohr auf Heimsiege gehen, oder? Hoffenheim Augsburg. Ähm, ich fang mal an. Hoffenheim. Wolltest du den letzten Spieltag noch ehren? Wem willst du ehren? Wolltest du den letzten Spieltag nicht noch ehren von der Tipprunde? Äh, eigentlich dachte ich, wir machen, wir können natürlich auch nochmal über das Tippspiel reden jetzt. Eigentlich wollte ich das ganz am Ende machen. Also, Tippspiel, äh, muss man ganz klar sagen, ne, ein paar Pferd, wir haben schon gesagt, die haben ja einige, ne, Experten noch in unserem Tippspiel. Ähm, wir haben ja die, äh, 1-2-3-Regel, ne, das heißt, äh, bei Unentschieden, ne, gar nicht wahr, bei, 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 ähm, sag mal, äh, äh, Tendenz, 1-Punkt, bei Differenz 2-Punkte und bei richtigen Ergebnissen 3-Punkte. Richtig? Ja. Nicht so wie die Standardeinstellungen, äh, wo es dann irgendwie auch 4-Punkte gibt und all diesen Rotzen, nein, die haben die Regeln geändert. Und da muss man ganz klar sagen, 19 Punkte, ja, an einem Spieltag zu holen, ist schon geil. Ne, das sind mal eben 4, 5 richtige Ergebnisse. Ja. Wäre ja nicht so blöd gewesen, der dumme Naro. Ja, ich weiß nicht, warum mal Leverkusen-Geldenkirchen 2-2 tippt. Ja. Hätte er da wenigstens noch auf Leverkusen getippt, dann wären es, äh, 20 oder mehr gewesen. Alter Vater. Ich war schon ganz stolz mit meinen 12, äh, Punkten. Gut, auf der anderen Seite blödes Bremen, ja, und blöde Eintracht mal wieder. Ähm, und, und noch was war irgendwie doof. Warte mal, irgendwo habe ich doch Ergebnis richtig und auf jeden Fall, verdatteln sie es wieder, war das? Ne, da nicht, 2-0. Ach so, ja, Gelsenkirchen hat noch den Anschluss gemacht, das fand ich ärgerlich. Fand direkt mal 2 Punkte weniger. Auch Johnny mit 14 Punkten stark. Ähm, Klopapier hat mal wieder mitgetippt. Mal eben zweistellig mit 10 Punkten. Ähm, der Drab, auch, der Bot, der Fabi Lowe, alle mit 10, der Quotentürk, jetzt den Sit sogar mit 11, ne? Und... Ja, sind mittlerweile auf Platz 2, also. Wer ist denn, äh, wer steht denn am besten hier aus, aus dieser Talkrunde? Ich weiß es jetzt gar nicht. Sit, ne, auf der Talkrunde du, oder? Äh, Gotti, Gotti, ach ja. Auf Platz 7, dann kommt Puffy auf... Einen Punkt von Puffy? Einen Punkt, ja. Einen Punkt, ja. Ja, und du auch noch einen Punkt auf Torno. Ja, klar. Das heißt eigentlich, wir sind alle nah beieinander. Ja, und dann, äh, Jepp, auch noch dabei, und dann erst der Fabi. Aber Jepp und Fabi haben beide 90 Punkte. Also, alles nah, eng beieinander. Eng, ah, nah. So eng. Ja, so eng. So eng. So, jetzt machen wir mal den nächsten Spieltag. Na, und jetzt sagt ihr mir mal, äh, wird das ein Spieltag, wo wieder die Heimmannschaften, äh, dominieren werden? Hoffenheim gegen Augsburg. Ich mein Ding, wenn es mehr Auswärtssäge. Oh, oh, oh. Hoffenheim Augsburg. Ähm, ich wollte anfangen. Ich sag, äh, Sieg Hoffenheim. Mit? Heimsieg. Knapp. Knapp? Ja, knapp. Für mich wird es ein 3-0. Ne. Willst du auch nicht Tore schießen? Eben. Hoffenheim, wenn, wenn Hoffenheim in den Spielen in der letzten, äh, in dieser Saison in Führung gegangen ist, haben die nicht mehr so viel gemacht. Ich müsste mir jetzt mal gucken, wann haben die denn mal die Spiele, äh, klar und deutlich mit, mit zwei oder mehr gewonnen? Das ist, glaube ich, nicht so viel. Minus vier Torverhältnis auf Platz acht. Schlechteste Torverhältnis. Das kann ja nicht gut sein. Also, ich sag, knapp. Sieg Hoffenheim. Tono sagt? Unentschieden. Unentschieden. Puffy sagt? Gar nichts. Ich hab gesagt, Heimsieg. Ach so, ja, stimmt. Fabi sagt? Knapp. Sieg Hoffenheim. Und, äh, Jebby sagt? Wie gesagt, 3-0. 3-0. Bayern Bremen. Puffy. Ähm, 5-0 Bayern. Jeb. Eigentlich würde ich den Bremen ja ein 2-2 gerne geben, aber es wird ein 2-0 für die Bayern. Ah, ich glaube ich auch. Deutlich. Fabi. 3-0 Bayern. Ja, irgendwie so. Tono. 3-0. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir sind uns sogar dabei einig, dass Bremen dann nicht mal ein Tor erzielen wird. Richtig. Ja. Berlin-Freiburg. Gotti. Heimsieg Berlin. Ja, ich weiß nicht warum. Heimsieg Berlin. Irgendwie gekrampft und gekraucht und unverdient, aber es wird passen. Frühes Tor, was sie dann irgendwie bis zum Ende halten oder irgendwie so. Tono. Knapper Sieg für Freiburg. Fabi. Knapper, aber hart umkämpfter Sieg Freiburg. Jeb. Ich bin beim 1-1. Und der Paffi. 1-0 Hertha oder 1-0, oder 1-1. Irgendwie so. Oder 0-1 oder 2-0 oder 2-2 oder 0-2. Ich klicke mich fest 1-1. Ja, 1-1. Mainz Dortmund, Paffi. 1-3. Jeb. Jo, kann ich mich nur anschließen. Fabi. Knapper Sieg Dortmund. Tono. 0-2. Ich glaube auch, dass Dortmund wieder mit neuformierter Abwehr. Ich muss jetzt überlegen, Hummels ist zurück. Na gut, Witze fällt noch aus. Zentrum, ne? Das könnte ein bisschen... Wird kein Gegentor. Ich denke auch so 0-2, so in dem Bereich. Und dann ganz klar zeigen, Aufwärtstrend bleibt bestehen. Köln, Deverkusen. Gotti. Das wird ein Sieg Köln. Knapp. 1-0. 2-1. Tono. 0-3. Fabi. Bailey richtet das 0-2. Jeb. 2-1. Leverkusen. Paffi. 2-1. Leverkusen. Oh, ich freue mich, dass ich da als einziger mit Punkten rausgehen werde aus dem Tippspiel. Könnt ihr mal kurz gucken, wann Leverkusen das letzte Mal in Köln gut ausgesehen hat? Lass dich nicht irritieren. Wenn da irgendwo ein Bild ist, dass da noch Karten verfügbar waren und mit Reichsmark bezahlt wurde, kommt hin. Paderborn, Union Berlin. Paffinio. 1-3. Ne. Jeb. 2-2. Fabian. Paderborn. Werde was? Sieg Paderborn. Ick Paderborn? Ja. Was heißt das? Ist das von Apple, oder? Ach, Entschuldigung. Sieg Paderborn. Alles klar. Mein Fehler. Ich habe Ick Paderborn. Du denkst, was will er? Paderborn ist das neue Produkt von Apple. Tono. Die Berliner gewinnen knapp das Spiel gegen Paderborn. Paderborn gewinnt. Fabi, du bist der einzige, der in Ahnung hat. Besser mit gehört. Ich weiß nicht, ob da noch einer hat was gesagt. Ne, unentschieden da wieder. Ne, Jeb. Tipp, alles unentschieden. Düsseldorf gegen Leipzig. Ähm, Gotti, was hast du denn da getippt? Da habe ich ein, ja, Zwei-Tore-Sieg-Leipzig getippt. Also mit zwei Toren, Unterschied. Äh, Tono. 1-4. Aber soll ich euch sagen, dass es mich da echt in den Fingern gekribbelt hat und ich keine Ahnung habe, wieso, aber ich erst auf 2-0 Düsseldorf tippen wollte? So Mann, hat es aber doll gekribbelt. Ey, mein Mann hat so gegrummelt und gesagt, mach das, mach das. Was macht das, du Schlampe? Äh, Fabi. Düsseldorf wird es auf jeden Fall besser machen, lange mithalten, aber am Ende die individuelle Klasse 2-0 Leipzig. Jeb. 3-0 für Leipzig, wahrscheinlich wieder zwei Tore von Werner. Paffi. 3-1 Leipzig. Wolfsburg-Kladbach, äh, Paffi. 1-0 Wolfsburg. Jeb. Äh, leider 1-2. Äh, Fabi. 1-2 für Gladbach. Tono. Gladbach rumpelt sich so ein 2-1-Sieg. Nein, Wolfsburg gewinnt definitiv. 1-0 oder 2-1. Paffi, wir beide nur. Gelsenkirchen Frankfurt. Gotti. Ja, ich denke mal, der Knoten wird da platzen. 7-0, vielleicht ein 7-1 für Gelsenkirchen. Nein, was habe ich denn getippt? Warte mal kurz. Ich habe ein 1-1 getippt. Tono. Äh, da Frankfurt, die das Statistik jetzt nach der Euroleague nie gewonnen hat, wird es ein 1-1, ja. Ja, Fabi. 2-1 Schalke. Jeb. 2-0 Eintracht. Ah, Paffi. 2-1. 2-0 Schalke. Alles dabei? Ihr seid natürlich auch gefragt, haut eure Tipps raus. Ähm, auch sei es spielt mit im Tippspiel. Da, äh, haut eure Tipps nicht raus. Da sehen wir es ja dann. Ähm. Ich habe schon wieder Husten hier. Ich, ich, ich habe immer, immer noch das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Tippspiel abgearbeitet. Wir haben zu wenig über die Gelb-Rote von Hummels geredet. Ja. So sieht es ja auch. Fabi, wollen wir nochmal über die Gelb-Rote-Karte von Hummels reden? Ja, bitte. Ja, nächste Mal. Nächste Folge. Dann ist es auch aktueller, Fabi. Okay. Ja, alles klar. Vielleicht kriegt er ja nochmal eine. Dann sind wir durch. Ähm. Ja, es dauert ja auch nicht mehr allzu lange, bis dann wieder der, der Wintercheck kommt. Also, die Folgen, die Spezialfolgen in der Winterpause, um euch ein bisschen, ähm, den kalten Winter, die kalten Winterabende ein bisschen zu erwärmen, ähm, gibt es natürlich den, den guten Wintercheck, da, wo wir dann nochmal über die Tabelle gehen. Ich habe ja keinen Überblick. Sollen wir mal eben reingucken? Das können wir nochmal machen. Oder? Hast du die aktuell? Ja, habe ich vorhin aktualisiert, wo ich getippt habe. Ach, das war dein Getippe. Ja. Ja, irgendwann muss man es ja machen. Hast du, hast du gut gemacht. Ja, hast du gut gemacht. Und wo, wo habe ich das? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Mist habe. Warte mal. Gehtcheck, da ist sie doch. Äh, den muss ich in meinen allgemeinen Favoriten irgendwo haben. Oh, den Punkt gleich mit dem Gotti. Hier ist er. Oh, was ich nicht verraten, nicht spoilern. Also, der, gucken wir mal, der Precheck. Ich, ich, blende das auch einfach mal, glaube ich, ein. Wenn ich dran denke, mache ich einen Screenshot und blende das mal ein. Ähm, was haben wir denn da? Abweichungen. Ich mache mal nur uns. Der Puffy, am wenigsten Abweichungen. Ja, deshalb hält der gerade die Fresse, weil er genau weiß, gleich wird mein Name genannt. Ja, dann der Jeb. Also, Puffy 56, Abweichung. Dann der Jeb mit 58. Und ihr führt dann auch, ähm, mit den Zuschauertabellen tatsächlich. Ja, Qualität. Dann kommt der Fabi Lowe. Der Herr Sellers. Na gut, das stand da nicht. Da hat er sich vertippt wahrscheinlich. Oder falsch berechnet hier. Dann unser Fabi. Mit 62. Dein Klopapier. Dann Ton und ich. Punkt gleich. Mit Schül. Auch Punkt gleich. Und Marburg. Und der Bolti. Punkt gleich. Und der Cyberdeniz. Und der Bolti. Oh, letzter. Mit 72 Abweichungen. Aber wenn, wenn die Vergangenheit etwas gezeigt hat, dann, ja. Wo viel ist, kann auch viel weggehen. Da kann alles in der Rückrunde nochmal komplett und wild durcheinander gewürfelt werden. Ja. Also, Wintercheck. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Ein bisschen Sinn noch ein paar Spieltage, aber dann wird es auf jeden Fall heiß im Winter. So, wir sind jetzt mal durch. Wollen wir gehen? Ja, ne? Will noch einer was loswerden? Tonno, was gibt es bei dir auf dem Kanal? Samstag ist FM wieder. Samstag FM. Football Manager beim Tonno. Der unspielbare Football Manager. Gönnt euch. Viel Spaß. Wir sagen Tschüss. 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 Tschüss.